Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Fitness-Video von mir und heute zeige ich euch, wie man endlich trainierte und drahtige Oberarme bekommt, ja, ohne dass man jetzt dick und fett Muskeln aufbaut. Dazu brauchst du einfach nur zwei kleine Kurzhantel oder zwei Wasserflaschen und einfach jede Menge Motivation und viel Spaß. Los geht's mit der vorderen Schulterpartie. Dazu nimmst du deine beiden Gewichte, lässt die Schultern weg von den Ohren, schön die Schultern fallen lassen, hängen lassen und dann hebst du das Gewicht auf Schulterhöhe und kommst wieder tief. Um und hoch. Und wieder tief das Ganze zehnmal. Wir machen eine schöne Abfolge, drei Sätze, zehn Wiederholungen mit verschiedenen Übungen und dazu leite ich dich jetzt gleich. Kommt natürlich das Video durch. Und noch fünf, vier, drei, zwei und eins. Bleib hier oben und wir machen ganz kleine Bewegungen und alternieren mit unseren Armen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und von hier ohne Pause gehen wir direkt in die Oberarmstreckung und gehen nach oben. Zehn, neun und damit trainieren wir auch die mittlere Schulterpartie. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Super. Und wir gehen direkt von hier zur Seite, öffnen auf Schulterhöhe und kommen wieder tief. Auf Schulterhöhe öffnen und wieder tief. Kommt noch. Zehn, neun, acht, sieben, noch sechs, fünf, vier, drei, zwei, und der letzte oben halten und wir kreisen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Super. Und die Arme hängen lassen, wir kreisen kurz und kommen nun zu unserer Bizepsübung. Die Armvorderseite. Zehn, neun, acht. Das machen wir alles ohne Schwung. Wir machen alles immer mit der Kraft unserer Muskeln. Okay, come on. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr gut. Wir drehen uns zur Seite und kommen in die Trizepsübung. Beuge dich ein wenig nach vorne und dann geht's nach hinten. Zehn, neun, ganz gerade nach hinten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Halte, halten, halten und kommen wieder nach vorne. Super, das war der erste Satz. Wir wiederholen das Ganze jetzt noch zwei weitere Mal. Und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und umhalten. Und wir alternieren. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und von hier geht's wieder direkt in die Overhead-Presses. Und zehn, come on. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, und das Gewicht runternehmen und wir gehen zur Seite. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wir gehen direkt in die Bizeps-Fibur. Come on. Noch neun, acht, sieben, sechs, fünf, noch vier, drei, zwei, eins. Und nun für die Armrückseite. Wir gehen in die Bizeps-Streckung. Und come on. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Immer schön mit der Kraft, nicht mit Schwung. Come on. Und der letzte. Oben halten, oben halten, oben halten. Und das war auch schon der zweite Satz. Come on. Der letzte Satz. Und wir gehen nach vorne. Die vordere Schulter-Partie. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, noch drei, zwei, eins. Und wir alternieren. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und overhead presses. Come on. Ohne Pause. Noch acht, sieben, sechs, fünf, noch vier. Du hast es fast geschafft. Drei, zwei. Jetzt merkst du es, oder? Und der letzte. Okay. Gebe ich die Gehen runter und wir gehen zur Seite. Side braces. Noch zehn, neun, acht, sieben, jetzt merkst du es, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Come on. Kämpf dich durch. Und oben halten. Zehn, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Die Zähne. Come on. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. Fast geschafft. Noch drei. Come on. Kämpf dich durch. Und der letzte. Und wir gehen direkt in die Bizepsübung. Zehn, come on. Acht, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und du hast es schon geschafft. Dankeschön fürs Mitmachen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann schenkt meinen Daumen hoch, abonniere mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und folgt mir auch auf Instagram unter runninggirl-linda. Und dann sage ich Tschüss und Bye-Bye. Macht's gut.